so ein neues video bleeding edge und müssen wir wieder warten einen neuen mod den benutze ich eh nicht ich finde den ein bisschen cool und sonst keine ahnung ich weiß nicht wer stark ist den find ich auch cool ich benutze gleich den hier wenn er noch frei ist oder die der ist auch cool ja es geht endlich los also wieder erobern wenn ich ein gegner besiege kriege ich bonus punkte ich bin der einzige der nicht voll geladen hat der 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 Das ist der Schreiber. Wie kommen wir raus? Ach so, das ist doch klar. 35 Begründung. Ich helfe meinen Flächen. Der ist halt... Also, der kann Wursch... Kann der Feuer spucken? Und eine Fisbee-Scheibe werfen? Oder das ist seine Gitarre? Ja, das ist meine Gitarre. Oder? Ich lerne die ja noch in der Abend. Keine Ahnung. Ich geh jetzt erstmal erobern. Ey, da sind Gegner. Oh oh... Ah, ich glaube, ich kriege Zugang. Ich muss abhauen. Jetzt geh ich wieder dahin. Kann der mal seinen Schutz wegnehmen? Und stehen bleiben. Und stehen bleiben. Ich kann die nicht schneller gehen. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Und. Hm? Die Verstundung. Ja, der ist gleich tot. Ja! Oh Mann! Egal, die war gut, die benutze ich weiter. Oder? Hm... Ich teste jetzt hier. Die Jett ist wieder aktiviert. Kann man hier lang? Ja. So, dann trägt die Gegner. Die Jett ist wieder aktiviert. Uh-oh. Die Jett ist wieder aktiviert. 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 Oh! Jetzt raus wieder nach! Oh, jetzt bin ich stärker! Oh oh! Die müssen zu sehen! Jawoll, ich habe einen. Noch einmal zu Gäste einnehmen. Oh! Mann, ich habe das nicht gesehen. Jetzt sind welche stehen hier. Ich teste alle. Mal sehen, was der kommt. Oh! 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 8, that's 6. Objectives reactivated. Boah, sie schwingt schon wieder weg. So, jetzt A übernehmen. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Ja! Jawohl, die halten mich Halt! Oh oh! Halt! Nein! Wir haben jetzt benutzt! Der ist sehr schnell! Was ist denn gut? Mann! Jawohl, ich habe einen! Nein! Nein! Baita ist ein Guck! Ja! Ich benutzt der Fall! Oh! Fendelwein! Oh! Fendelwein! Oh! Fendelwein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Anderen! Er weiß sie alle benutzen, doch! Eh! Eh! So! Das war's jetzt mit dem Video! Ciao! Ciao! Ciao!